was geht ab herzlich willkommen zu einer weiteren moin moin freunde hier im mr mr plp ja moinsen was oh mal hier hallo vor die schnauze gibt es hier links rechts links 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 rechts nächster was die macht hier die zieht sich gar nicht ab dann zieht es keine 20 leben ab okay drauf wir jetzt geht's nur bei der hier jetzt geht's auch hier okay und bei dir vorher nicht und dann ging es merkwürdig so leute ich werde mich jetzt ein bisschen mühe geben das ziel ist es 100 dreck fucking monster abzukriegen oder marco was passiert ich weiß nicht ich hoffe ich schaffe so viel monster zu killen wie möglich warum das weiß ich auch nicht so genau auf jeden fall kommt da immer bei mir so einer seite hier irgendwie hier so an der seite wenn ihr das wenn ihr hier seid also ich hier mal halt falsch richtung so nie halt hier an der seite ja so ich werde ausgeschmissen wenn ich noch vergessen machen ja oben wir sind mit dem nicht in ordnung ist er weg okay lol was macht er da oben komisch verstehe ich nicht okay wir sollten uns mal so aufs spiel konzentrieren und nicht irgendwelchen also schwarze schon sowieso panzer so ich hoffe hier ist keiner gelandet ist denn jemand gelandet also nee ich verpiss mich hier das ist mir zu ich sehe nichts aber ich sehe nichts wenn man in diese richtung zu irgendwas man ist ein haus aber das sieht scheinbar oder vielleicht dahin das ist vielleicht sogar besser ich weiß nicht was es hier ist machen sehen ein großes haus das gefällt mir schon eher aber ist schon wieder niemand hier hallo habe ich so ganz dummes gefühl wir machen mal die mauer kaputt gibt es irgendwelche tun wo ja hier und die ist geil läuft ich mag ich so nicht ich mag die pump kann ist besser aber wir schauen mal aber komm mal her meine alle dann ist gar klein am anfang das ist doch schon mal ich glaube ich das ist die träumchen oder das ist ein ob man gemeinsam heute gut hier mensch weil also ist die geile martico alle sage ich euch richtig hammer vor allem machen wir hier denn okay ist hier irgendwo eine kiste ne ist keine kiste mehr noch mal zu er zieht mir war auch keine kiste aber ich hoffe ich muss nicht so weit laufen dann wenn ich dann hier ja gut den kann man jetzt halt mit mitnehmen aber ich werde hier mal ein bisschen noch besser raustoffe form das ist so viel reichen für den anfang kann man die pflanzen auch weg machen lol kriegst du irgendwas kriegst du irgendwas da kriege ich nix gehen wir mal in das andere haus gleich schauen diese fernseher drinnen halt für hier okay ja dies die haben wir doch schon oder ja dies nicht die ich nehme ich nicht die nämlich dies besser grund dafür ist sie werde das dann ich habe es schon mittlerweile so viel erfahrung dass ich weiß welche war für gute so nicht also in früher bestätigt die genommen wenn ich die andere stehen gelassen weil ich die einfach toller finde vom aussehen aber wir gehen nicht nach aussehen wir wollen ja hier gewinnt ja immer gewinnen und wie sind schon 48 leute also geht auch schnell die zone hat nicht mal begonnen oder was bestimmt am arsch der welt sein so so ich gehe mal dahin würde ich sagen oder die zone schon begonnen ne ich bin so auch schon drinnen haben heißt wir gehen mal die dd da ist bestimmt das sind bestimmt leute aber sogar keine monster gibt es keine keine monster mehr ach die pyramide ist da ist die frage aller fragen ob das jetzt sinn macht weil ja die sterben schon wie die fliegen ja da tja aber ich glaube da war noch keiner oder sieht gut aus sogar keine monster mehr da oder was lol vor uns war noch monster da oder beim letzten mal ich weiß nicht mehr oder die kommen erst keine monster mehr schade wir sind doch nicht alleine dass man ein lügen längst auch mal hier soll es vergessen immer lalalala gibt so eine kiste hallo ist ja wo was wir jetzt hier nehmen schnäcke die schnäcke die schnäcke die und wo ist jetzt okay wir sind noch in der zone boah ich hab schon der panik ist hier vielleicht noch was drinnen irgendwie nicht keine schmeckerli mehr aber wir gehen mal wieder raus ich würde zucker sagen die schieße wieder bekloppt ich würde ja gerne hoch aber ich komme ja nicht hoch oder vielleicht warte mal ach guck mal hier mensch mal nehmen wir mal den hier schnäcke die habe ich schon gelegt vielleicht auf der anderen seite auch eine kiste mal gucken jo mensch toll ooooh der baum ne ich nehm ähm bürn ja klar bürn ähm ne die mache ich das halte ich mache nicht zwei scharfschützen schrotflinten das ist nicht so ne gute sache mach das so so da ist die macht nämlich mehr schaden dann die dann die bloß noch eine kiste äh ist das jetzt dieselbe sturmgewehr was habe ich jetzt hier sturmgewehr kommen wir nehmen die egal na gut so müssen wir schon ich habe schon gelernt okay dann gehen wir mal hier auch mal so eine kiste mensch kiste ohne ende ist denn eine los hier oh die ist zwar blau die boh 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 ähm Maschinen bis... Nein, 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 nein! Ey, ey, ey! Boah, ich hab's gleich aufgepasst! Oh, oh, oh. Ich verpiss mich hier. Komm, hoch. Ah! Du triffst mich nicht, du Loser! Alter, nein! Pisser, alter! Pisser, alter! Nimmst du nicht die Scarpa mir, hä? Ja, du... Nimm du nicht die lila, ne? Richtiger Pisser. Trotzdem Dankeschön fürs Zuschauen, alter. Waa-waa-waa-waa!